Drei Themen bewegen unsere Nation, die Lehrerschwemme und der Pillenknick. Die Lehrerschwemme schwammen drüber, aber gegen den Pillenknick gibt es ein Mittel. Mich und Rachel Sweet mit ihrem Lied Baby. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie Sie aussehen, haben Sie doch sicher einen Hammer. Ich habe sogar einen Pinsel, wenn Sie wollen. Nein, danke. Im Moment nicht. Ja. Danke. Oh Gott! Lass Sie doch mal einen Fachmann daran. Doch nicht mit Gewalt. Liebe Plattenküchen-Freunde. Auch diesmal wieder verleihe ich den silbernen Pokal der Plattenküche. Diesmal geht er an mich. Für die B-Seite meiner alten Single in Bauermanns Bierkeller. Musik ab. In München an der Isar, da traf ich einen Herrn, der heißt Herbert, mit Namen. Der sagte gleich, ach Herbert, sag wer denn doch zu mir, als wir so zusammen haben. Überreiche ich den Pokal, jetzt mir. Er riss mich von der Wucht an, mit meinem Brot. Anlass, du verbrot. Ich war's genau so lang, dass ich verlust. Explosion in der Hand. So geht das ja nicht. Ich habe auch eine Single gemacht. Ich habe mir auch den Pokal reinget. Ich bin der größte Hammer. Bei mir, da liegt heute noch alles drin. Alle Frauen, die mich näher kennen, haben nur eins im Sinn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wer ist denn diese Musik? Ach, ich weiß nicht. Also ich stehe hier eigentlich mehr auf Gustav Mahler. Ta 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 ta. Sagen Sie mal, wo bekomme ich Schaft für meinen Brot? Da geht's rein, junger Mann. Also ich hab's ja immer gesagt, was der Blattenküche fehlt, das ist die nötige Spannung. Nehmen Sie mal die Hand von meinem Knie. Nicht Sie, Sie.